Ausgelaugte Böden, Artensterben, Abhängigkeiten der BäuerInnen von externen Betriebsmitteln wie Düngemitteln und Pestiziden – das sind nur ein paar der negativen Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft. Konzepte, um dem entgegenzuwirken, sind unter anderem der ökologische Landbau und die Agrarökologie. Doch worum handelt es sich bei diesen Ansätzen und was sind die Unterschiede? Der ökologische Landbau ist eine ressourcenschonende und umweltverträgliche Bewirtschaftungsform. Die Ziele, Grundsätze und Regeln für die Produktion und die Kennzeichnung ökologisch bzw. biologisch erzeugter Lebensmittel sind in der neu aufgearbeiteten EU-Biobasisverordnung von 2018 festgehalten. Im Ökolandbau ist der Einsatz von synthetischen Düngemitteln und Pestiziden nicht zulässig. Im Zentrum steht daher der Anbau in geschlossenen Kreisläufen sowie eine Diversifizierung verschiedener Sorten, durch Praktiken wie Fruchtfolgen und Humuswirtschaft. Dies fördert die Biodiversität und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Folgen des Klimawandels, Krankheiten und Schädlingen. Zentral ist zudem eine artgerechte Tierhaltung ohne Antibiotika-Einsatz. Mehr Platz im Stall und Auslauf im Freien soll beispielsweise ermöglichen, dass die Tiere ihre arteigenen Verhaltensweisen ausleben können. Damit ökologisch hochwertig erzeugte Produkte für Konsumentinnen auch gut gekennzeichnet sind, gibt es verschiedene Bio-Siegel. Seit 2010 gibt es ein verbindliches EU-Bio-Siegel, welches Mindestvorschriften gewährleistet. Darüber hinaus können Produkte mit nationalen Bio-Siegeln und Zeichen der privaten Anbauverbände oder Handelsmarken kennzeichnet werden. Die Vorschriften von Verbänden wie Demeter, Natur und Bioland gehen meist weit über die der EU hinaus. Für die jeweilige Zertifizierung der Produkte gibt es regelmäßig stattfindende Kontrollen auf den Höfen. Diese Kosten müssen von den BäuerInnen getragen werden. Und was ist nun Agrarökologie? Die landwirtschaftlichen Praktiken des Ökolandbaus gelten zunächst auch für die Agrarökologie. Die Anbaufläche wird als Ökosystem verstanden. Während es sich beim Ökolandbau jedoch ausschließlich um eine Produktionsweise handelt, wird die Agrarökologie durch soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte ergänzt. Ziel dieses ganzheitlichen Ansatzes ist es, ein sozial gerechtes Ernährungssystem aufzubauen, welches Biodiversität und Klima schützt, eine vielfältige und regionale Ernährung ermöglicht, und faire Preise und Löhne garantiert. Um das zu erreichen, diversifizieren BäuerInnen ihren Anbau und kooperieren mit lokalen Weiterverarbeitungs- und Vermarktungssystemen. Durch dieses solidarische Wirtschaften wird das Einkommen aller gesichert. Entscheidungen werden dabei partizipativ getroffen. Dadurch wird die Gemeinschaft im Ganzen und die politische Teilhabe des Einzelnen gestärkt. Anstatt also einen einzelnen Betrieb zu betrachten, hebt man den Blick bei der Agrarökologie auf die Landschaftsebene, die all ihre unterschiedlichen Akteursgruppen miteinander verbindet. Während der Ökolandbau durch klare Vorgaben definiert ist, wird bei der Planung eines Agrarökosystems individuell auf die lokalen, klimatischen und landwirtschaftlichen Bedingungen eingegangen und traditionelles bäuerliches Wissen mit einbezogen. Eine einheitliche Zertifizierung wie im Ökolandbau ist dadurch nicht möglich. Somit ist der Begriff Agrarökologie nicht geschützt und kann es braucht werden. Agrarökologie ist neben Praxis und Wissenschaft auch eine wachsende politische Bewegung. Ansätze in Deutschland sieht man zum Beispiel in Ernährungsräten, solidarischen Landwirtschaften und Lebensmittelkooperativen. Wir halten fest, die Ansätze der Agrarökologie können wichtige Antworten auf soziale Probleme und ökologische Herausforderungen sein, da sie auf der lokalen Anpassung beruhen und sowohl die Ökosysteme als auch die Menschen einer gesamten Region stärken. Dabei ergänzt sie den Ökolandbau. Wichtig ist jedoch zu gewährleisten, dass die Grundsätze des Ökolandbaus, trotz fehlender Zertifizierung, nicht aufgeweicht werden, sondern als Voraussetzung gewährleistet sind.